Wieso will Greenpeace Bitcoin bekämpfen, institutionelles Interesse für Cardano und könnte Aave möglicherweise der schlafende Gigant der DeFi-Welt sein? Das und mehr in dem Crypto-Market-Talk diese Woche. In dieser Folge sprechen wir über Bitcoin, wir sprechen über Ethereum. Wir möchten aber auch ganz kurz noch einen Blick zu Ethereum Classic werfen. Dann schauen wir uns noch wichtige technische Änderungen bezüglich Tezos noch an. Wir diskutieren über Cardano, Aave und dann noch ganz kurz einen Blick zu Polkadot. Springen wir aber erstmal zu der wichtigsten News-Story und zwar zu dieser News-Story. Und zwar möchte Greenpeace mit der Hilfe von unter anderem Kryptomilliardären eine Art Bitcoin-Code-Change bewirken. Sie wissen ja, Bitcoin basiert auf Proof-of-Work. Das bedeutet, dass gewisse Rechenmaschinen mathematische Probleme lösen müssen, um die sogenannten Bitcoin-Rewards zu erhalten. Und dafür gibt es mittlerweile sehr optimierte Rechner, die man dann wirklich in fabrikähnlichen Orten aufstellen kann, um Bitcoins zu meinen. Das Ganze braucht relativ viel Strom. Stand heute etwa so viel Strom wie das Land Schweden in einem Jahr. Und das hat natürlich viele Kritiker auf den Plan gerufen. Unter anderem auch Greenpeace und den Kryptomilliardär Chris Larson, welcher übrigens auch der Mitgründer von Ripple Labs und der Kryptowährung XRP ist. Unter der Kampagne Change the Code, Not the Climate möchten sie eine Art Code Change, also Programmiercodewechsel vom Bitcoin-Code verursachen, mit dem Ziel, dass man wegkommt von Proof-of-Work. Jetzt hat man so ein bisschen das Ziel mit dieser Kampagne, unter anderem auch gewisse Influencer, aber auch grössere Firmen im Bitcoin-Bereich von dieser Idee zu überzeugen. Man möchte unter anderem Goldman Sachs, BlackRock, PayPal, Venmo, Fidelity, unter anderem aber auch Teslas Elon Musk und Twitters Jack Dorsey davon überzeugen, dass man wegkommen sollte von Proof-of-Work. In der Bitcoin-Community ist diese Kampagne gar nicht gut angekommen, weil man natürlich ganz fest der Überzeugung ist, dass Proof-of-Work grundsätzlich auch der Sicherheitsgrundbaustein von Bitcoin ist. Und wieso sollte man da weggehen und das Netzwerk allenfalls unsicherer machen? Auch haben die Bitcoin-Maximalisten, wie die Leute in der spezifischen Bitcoin-Community genannt werden, grundsätzlich vorgeschlagen, wenn euch der Bitcoin-Code nicht gefällt, könnt ihr ihn ja einfach forken. Mit einem Fork kann man den Bitcoin-Code grundsätzlich verändern, das heisst, man kann die Basis nehmen, gewisse Variablen ändern oder eben den Contents-Algorithmus anpassen und dann eine Art neues Netzwerk aufbauen. Ob das effektiv passieren wird, beziehungsweise was die Kampagne noch bewirken möchte, das werden wir noch sehen. Ziel ist ganz sicherlich, dass man Bitcoin eigentlich diesen ESG-Standards gerecht machen möchte, Environmental, Social und Governance, und dass das natürlich dann weitere Investoren auf den Schirm rufen könnte. Da wird dann Ethereum wiederum sehr, sehr viel spannender. Da kommen wir später in dieser Folge noch dazu. Dann springen wir noch zu dieser Phishing-Attacke beim Wallet-Anbieter Trezor. Ich nehme das jetzt in die Bitcoin-News-Story, denn das ist schon eine wichtige News-Story, vor allem für die Kryptohalter und vor allem auch natürlich für die Bitcoin-Halter. Es ist nämlich zu einem sehr gezielten Hack beim Marketing-Dienstleister Mailchimp gekommen. Und Mailchimp ist der Dienst, welcher Trezor in diesem Fall genutzt hat. Etwas Ähnliches haben wir vor ein paar Wochen bei BlockFi und HubSpot festgestellt, bei welchem wirklich sehr spezifisch eigentlich auf dieses Kundensegment angegangen wurde und indem man versucht hat, mit spezifischen E-Mail-Kampagnen und Phishing-E-Mail-Kampagnen die Leute dazu zu locken, die sogenannte Seed Phrase oder den Private Key auf einer Webseite einzugeben. Mittlerweile ist die Phishing-Seite wieder offline, zum Glück, aber es kann natürlich noch zu weiteren sogenannten Phishing-Attacken kommen. Es gilt wie immer, Seed Phrase und Private Key nicht eingeben bzw. nie eingeben, ausser man möchte das Wallet wiederherstellen. Wo sind wir im Bitcoin-Chart? Ganz interessant, ich hatte ja letzte Woche angekündigt, nachdem wir hier durch diese Range durchgeschossen sind, wird es nochmal einen Retest geben und es hat so ziemlich auf den Punkt genau diesen Retest bei 44.243 gegeben, danach ist Bitcoin wieder gestiegen. Ich glaube, jetzt nachdem dieser Retest durch ist, können wir eigentlich viel sauberer wieder steigen und als nächstes wäre hier natürlich die spannende Grenze von 50.000 wieder interessant, denn diese Grenze müsste Bitcoin in Zukunft übertreffen. Aber man könnte natürlich die entsprechende Grenze ein bisschen tiefer bei knapp 48.000 setzen, aber ich glaube, die mittelfristige Grenze werden die 50.000 sein, welche von Interesse sind. Jetzt haben wir vorhin über diese sogenannten ESG-Diskussionen gesprochen. Da gab es natürlich hier noch einen sehr, sehr spannenden Artikel von Arthur Hayes. Arthur Hayes ist der ehemalige CEO von der BitMEX-Börse, einer hebeltradenden Börse und hat eigentlich seit seinem Rücktritt sich so ein bisschen als Autor etabliert in der Krypto-Szene. Jetzt sagt er ganz klar, Ethereum geht in Richtung ESG hinzu, indem sie eben diesen Wechsel auf Proof-of-Stake machen werden. Und das wiederum würde gemäss Arthur Hayes zu einem Ethereum-Preis von etwa 10.000 US-Dollar führen. Er sagt aber, noch sei es nicht so weit. Er beobachte vor allem die Korrelation zwischen dem S&P 500 und dem Ethereum-Preis. Und solange diese Korrelation noch so stark sei, wie sie Stand heute noch sei, würde er noch nicht eigentlich das Interesse haben, entsprechend dort rein zu investieren. Aber er glaube sehr stark daran, dass Ethereum auf die 10.000er-Grenze zukommen könnte. Ein weiterer Artikel, den wir hier haben, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und zwar spricht man von dem Triple Halvening. Jetzt habe ich ja letzte Woche bereits das Halvening von Bitcoin ein bisschen erklärt, beziehungsweise wie diese Theorie hier bei Ethereum aussehen könnte. Und hier in der Ethereum-Szene spricht man eben von diesem dreifachen Halvening. Jetzt was bedeutet das? Ganz klar, sicher mal die jährliche Inflationsrate, welche von 4,3% auf die 0,43% sinken würde. Das bedeutet, dass natürlich noch weniger Ethereum auf den Markt kommen. Dann kommt natürlich EIP 1559 dazu. Dazu habe ich einen Artikel auf SwissCode im Blog geschrieben. Da geht es darum, dass nun ein Teil dieser Gas-Fee effektiv verbrennt wird oder eben vernichtet wird und somit auch aus dem System herausgeht, was es de facto dann eigentlich deflationär machen würde. Und dann noch, das ist eigentlich das dritte und interessanteste, eben der Wechsel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Und das könnte gemäss diesem Artikel eben diese dreifache Halvening bedeuten. Ich glaube, es könnte Ethereum durchaus als sehr, sehr spannendes Investmentvehikel positionieren, hauptsächlich für die ganz grossen Investoren, die sich eigentlich jetzt auch bezüglich dieser Greenpeace-Kampagne eigentlich ein bisschen vor der negativen Publicity auch schützen möchten. Sie möchten natürlich nicht in Verbindung gebracht werden mit einem, ich sage mal, umweltschädigenden Krypto-Projekt, sondern man geht da lieber auf das grüne Projekt. Und es könnte, wie gesagt, eben dazu führen, dass Ethereum schlussendlich das grüne Projekt werden könnte. Wenn wir uns ein bisschen den Chart anschauen, dann sehen wir hier, ich habe ein bisschen meine interessanten Positionen beziehungsweise interessanten Preise mal gelayert. Momentan sind wir auf 3.480 US-Dollar. Auch hier eigentlich sauber durch die Range durchbrochen. Der Retest war nicht genau auf den Punkt genau, aber doch in der Nähe eigentlich dieser Grenze, die ich ursprünglich eingezeichnet hatte bei diesen 3.359. und danach für mich die spannenden Zonen 3.883, 4.130, 4.475 und dann natürlich das Allzeithoch von 4.869. Ich glaube, wenn diese Grenzen langsam aber sicher durchschritten werden, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir gegen den Sommer all diese Grenzen durchschreiten werden, könnte dieses 10.000 US-Dollar-Ziel von diesem Jahr durchaus noch hinhauen. Wir werden auf jeden Fall den Ethereum-Kurs weiterhin ganz nah beobachten. Dann ist natürlich die andere Diskussion, was ist, wenn der Ethereum-Merge, also dieses Zusammenfügen dieser Beacon-Chain und der jetzigen Chain nicht erfolgt und was ist, wenn von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake eine Verschiebung stattfindet, was könnte das für Ethereum bedeuten beziehungsweise was würde bedeuten, wenn die Miner nicht mitmachen, denn die Miner haben natürlich jetzt grosses Geld investiert in ihre Geräte, um da natürlich entsprechend effizient Ethereum minen zu können. Und das Interessante ist, dass jetzt in der Ethereum-Classic-Community immer wieder Tweets rauskommen, bei welchem steht, dass es momentan extrem profitabel sei, Ethereum-Classic zu minen. Das heisst, diese Miner, die das effektiv erkennen, die würden dann entsprechend von Ethereum auf Ethereum-Classic wechseln. Und hier gibt es noch einen interessanten Post bezüglich der Ethereum-Classic-Hashrate, denn da steht, momentan gibt es noch keinen starken Wechsel, aber man geht davon aus, dass das in den kommenden Monaten passieren wird. Und da sehen wir, wenn so etwas angekündigt wird, was schlussendlich dann effektiv passieren könnte, das heisst so ein bisschen eine Tendenz, dass man eben auf Ethereum-Classic wechselt und somit eben die Hashrate nach oben geht. Das bedeutet, dass man hier natürlich, wenn man jetzt als Miner unterwegs ist, durchaus die Möglichkeit hätte, auf Ethereum-Classic zu setzen. Wenn wir jetzt aber keine Miner sind, sondern Trader, dann müssten wir uns natürlich hier die Preise anschauen. Für mich eine spannende Zone, nach wie vor 50 US-Dollar, wurde zwar ganz kurz übertroffen, aber doch relativ stark wieder mit einer Korrektur. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man die 50 US-Dollar hier nochmal übertreffen, übertreffen seit Ende März. Und sollte das passieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass Ethereum-Classic durchaus wieder zu einem spannenden Trade wird. Ich glaube aber, dass das sehr, sehr stark gekoppelt sein muss mit der Ethereum-Proof-of-Stake-Enderung. Das heisst, wenn es da irgendwelche Anzeichen einer Verschiebung geben sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch Volatilität für den Ethereum-Classic-Kurs bedeuten könnte. Dann springen wir zu Tezos und deren sogenannten Tender-Bake-Upgrade. Bei Tezos zu staken bedeutet ja eigentlich, dass man oder umgangssprachlich oder in dem Tezos-Ökosystem sagt man ja oft, dass man am Baken ist, also wie am Backen ist von diesem Tezos. Das gibt es übrigens auf SwissCode auch. Das heisst, auch da haben sie die Möglichkeit, ihre Tezos zu staken. Jetzt hat die Proof-of-Stake-Blockchain-Tesos eine ziemlich grosse Änderung durchgeführt, eben dieses Tender-Bake, welches übrigens schon im Februar angekündigt wurde. In diesem Artikel steht dann auch, was beinhaltet dieses Tender-Bake-Upgrade, was ist der Vorteil bzw. was der Nachteil. Und grundsätzlich lässt sich das Ganze relativ einfach zusammenfassen, indem wir sagen können, es ist schneller, es ist effizienter und bringt noch einige Privatsphäre-Features mit sich. Was für mich persönlich sehr, sehr spannend ist, ist eigentlich diese Kompatibilität in Richtung WebAssembly und Ethereum Virtual Machine. Das wiederum bedeutet natürlich, dass mehrere Applikationen auf der Tezos-Blockchain laufen können, welche ursprünglich auf der Ethereum-Blockchain gelaufen sind. Das ist das eine und das andere ist natürlich, dass es jetzt günstiger geworden ist, ein sogenannter Network Validator zu werden. Also anstatt 8.000 Tezos braucht man in Anführungsstrichen nur noch 6.000 Tezos. Das wiederum bedeutet, dass man technisches Wissen haben muss, um ein Network Validator zu werden. Wie gesagt, wenn Sie kein technisches Wissen diesbezüglich haben, lohnt es sich meistens eher mit einem Staking-Service, wie zum Beispiel der von Swisscode, entsprechend die Tezos selber da zu staken. Was bedeutet das für den Kurs? Nach wie vor diese Range für mich sehr, sehr spannend. Das heisst zwischen 2,90 und 3,90. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Tenderbake-Upgrade durchaus auch mehrere Applikationen jetzt auf das Tezos-Ökosystem holen könnte. Das braucht das Tezos-Ökosystem, denn auch der NFT-Bereich ist im Vergleich relativ klein, auch wenn da eigentlich sehr, sehr innovativ vorgegangen wird. Und da würde ich mir wirklich ein bisschen mehr Kompatibilität wünschen und da könnte ich mir dann auch entsprechend vorstellen, dass der Kurs noch stärker steigen könnte. Dann springen wir zu Cardano und bei Cardano gibt es positive Nachrichten bezüglich des Large Transaction Volume, eine Zahl, die Into the Block eigentlich definiert hat und als Transaktionen mit mehr als 100.000 US-Dollar betitelt. Und zwar sagt Into the Block, dass die Anzahl oder diese LTV von etwa 1,35 Milliarden ADA pro Tag auf 69 Milliarden ADA, also etwa 81 Milliarden US-Dollar gestiegen sein sollen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr verrückte Zahl. Und das zeigt uns wiederum, dass allenfalls Cardano momentan sehr starkes und hohes institutionelles Interesse haben könnte. Jetzt hat Cardano natürlich auch Proof of Stake und könnte natürlich in dieser ganzen ESG-Diskussion durchaus ein sehr, sehr spannendes Investment vor allem für die Grossen sein. Das bedeutet, dass eventuell da die Grossen sich jetzt bereits mit Cardano eindecken. Cardano rein von der Nutzung des Netzwerkes für mich noch immer ein bisschen auf der tieferen Seite. Das heisst, trotz der Positionierung in der Marktkapitalisierung ist für mich Cardano einfach noch zu wenig aktiv, aber es fängt sich an zu häufen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine interessante NFT-Kollektion von Snoop Dogg und Champ Medici, welche zusammen mit der Cardano Foundation eine neue Kollektion, die sogenannten Claymates, rausgeben werden, beziehungsweise hier sogenannte limitierte Editionen von Pitches rausgeben werden. Und das könnte natürlich doch auch nochmal kulturell und gesellschaftskulturell spannend sein für Cardano und den Cardano-Kurs entsprechend beflügeln. Jetzt rein von den Zonen her, ganz interessant, dass Cardano hier eigentlich eine nicht V-Recovery, aber eher eine U-Recovery gemacht hat, von diesen 80 Cent etwa oder knapp 79 Cent in eigentlich wieder diese Zone gestiegen ist. Wir hatten ja damals die Zone von knapp einem US-Dollar als Boden definiert. Und jetzt danach ist jetzt eigentlich interessant diese 1,29 oder 1,38. Denn da sehe ich noch nach wie vor gewisse Grenzen, die Cardano überschreiten müsste. Von daher sehe ich zumindest kurzfristig noch nicht, dass Cardano ein spannender Trade sein könnte. Die Headlines, die häufen sich, die positiven Headlines. Ich glaube, man muss trotzdem ein Auge darauf werfen. Dann springen wir zum DeFi-König Aave, denn durch Aave's V3-Upgrade hat Aave preislich sehr, sehr gut zugelegt. Und zwar hat man mit Portals einer Änderung ein sehr interessantes Feature reingegeben, bei welchem man grundsätzlich, man kann ja diese A-Tokens kreieren auf Aave. Das bedeutet, dass man ein Token reingibt und dann ein Kollateral, also als Kollateral und dann ein Token rausbekommt, eben diesen A-Token. Das bedeutet, das Ganze repräsentiert einen sogenannten Deposit, also eine Einzahlung in Aave. Das Interessante ist jetzt aber, dass man in diesem Aave-Ökosystem grundsätzlich unterschiedliche A-Tokens verwenden kann, um dann auch die effektiven Tokens dahinter zu vernichten, eben zu burnen und das eben auch durch die unterschiedlichen Blockchains durchmachen kann. Und das könnte natürlich Aave zu einem sehr, sehr interessanten DeFi-Projekt machen. Jetzt ist Aave absoluter, sowieso schon Major Player im DeFi-Game, absolutes DeFi-Blue-Chip und ich glaube, diese Änderung könnte nochmal Aave auf die nächste Stufe bringen. Jetzt schauen wir uns hier den Kurs an und das war eben genau diese Änderung, die wir hier gesehen haben, also von diesen Tiefen von etwa 115 wieder rauf auf die 237. Für mich diese Zone ganz interessant. Wir hatten hier kurz einen Touch-and-Go von 261 US-Dollar, hat dann aber nicht gereicht und ich glaube, diese Zone, die müsste man jetzt wirklich sauber durchtreffen, um dann zu sagen, okay, Aave ist jetzt wieder zurück, denn momentan ist für mich Aave immer noch preislich in dieser Tiefenszene und natürlich könnte das Aave V3 entsprechend Änderungen geben, aber momentan für mich nach wie vor ein bisschen unklar. Das heisst, ich beobachte das Ganze, die 260 bis 270 US-Dollar-Grenze sehr, sehr spannend. Dann springen wir zu den Parachains von Polkadot, denn da gibt es interessante Entwicklungen und zwar konnte die Astar Parachain ziemlich gut zulegen, unter anderem, weil man da auch einen sogenannten Fundraise gestartet hat. Das heisst, man hat da wirklich auch Geld zusammenbekommen, indem man eigentlich unterschiedliche Projekte auf der Astar Parachain rausgeben möchte. Und das Interessante ist, dass natürlich Astar zusammen mit all diesen anderen Parachains in einer sehr interessanten Kopf-an-Kopf-Rennen Situation ist. Das heisst, auch hier haben wir sehr, sehr positive Nachrichten, denn die Parachains lancieren zusammen einen sogenannten 250 Millionen US-Dollar Fund to grow the ecosystem. Das heisst, das ist nicht nur eine Parachain, sondern das sind jetzt mehrere hier, die sich eigentlich zusammentun. Hier zum Beispiel Moonbeam, Centrifuge, Infinity, HydraDX, OriginalTray, Parallel, Zeitgeist, Manta und Acala, nicht, aber Astra. Und da ist natürlich jetzt eben wie gesagt diese Konkurrenzsituation, die jetzt gerade gestartet ist. Das wiederum sollte idealerweise natürlich auch Positives für Polkadot bedeuten, denn unter anderem möchte man natürlich auch diesen Acala Stablecoin AUSD pushen und auch entsprechend etablieren. Jetzt wie so ein Stablecoin ganz einfach in der DeFi-Welt braucht man grundsätzlich auch diese Stable Assets, um von A nach B zu kommen und diesen Stablecoin, den gibt es Stand heute auf Polkadot noch nicht und dieser AUSD von Acala oder Asala könnte durchaus da Abhilfe schaffen. Wenn wir jetzt das Ganze kurz anschauen, sehen wir hier Polkadot schön auf einer sehr, sehr guten Trendlinie, die nach wie vor sehr interessant ist. Hier trotz der Korrektur immer genau auf die Trendlinie, genau. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Polkadot momentan auf diesem Aufwärtstrend noch weitermacht. Ich beobachte auf jeden Fall diese Trendlinie noch genauer. Dann zum Schluss springen wir zu DeFi Kingdom. Das ist ein Gamify-Spiel, welches gerade letztens auf ein Subnet von der Avalanche-Blockchain gewechselt hat. Und zwar kam es ursprünglich von Harmony One, ist jetzt aber auf dieses Subnet gewechselt, um vor allem besser skalieren zu können. günstigere Transaktionsgebühren zu haben, etc. Und das Interessante ist jetzt, dass man in unterschiedlichen DeFi-Möglichkeiten von diesem Spiel auch sehr spannende Zinserträge von bis zu 3000% mit dem game-eigenen Token Jewel erzielen kann. Und das wiederum zeigt so ein bisschen, dass das DeFi Kingdom Spiel sehr, sehr beliebt ist, beziehungsweise dass die Leute eben hier auf dieses Jewel-Token setzen. Das wiederum könnte uns ein positives Zeichen für diese Avalanche-Subnets geben, das heisst die Leute vertrauen auf Avalanche beziehungsweise auf die Subnets und das wiederum könnte ein spannender Trade für Avalanche sein. Hier haben wir nach wie vor die Zone, die ich letztens eingezeichnet habe, da klammert sich der Kurs eigentlich um diese 95 US-Dollar. Für mich Avalanche erst wieder interessant ab diesen 118 beziehungsweise wer jetzt bullish bezüglich diesen Subnets ist, könnte hier diesen Trade von 95 auf 118 nehmen. Ein richtiger Breakout meiner Meinung nach, wie gesagt, nach den 118 US-Dollar. Ich glaube aber, dass diese Subnet-Story noch eine sehr, sehr spannende Story für das Avalanche-System oder Ökosystem sein könnte. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Wie immer unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachrichten zu verpassen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es gut und bis dann. Let's see. Wir sehen uns . . Untertitelung des ZDF, 2020